Hey, wer noch ein richtig geiles Bannplacken braucht, der sollte Kiwiatman nehmen. Denn Kiwiatman ist ein sehr geiles Bannplacken, womit die Leute praktisch ganz normalen Bann können. Und natürlich könnt ihr einen Grund angeben, so wie es bei den anderen Bannplackens auch ist. Aber der Unterschied ist, wenn die Leute jetzt versuchen wieder auf den Server zu kommen, steht der Grund da wieder. Das heißt, der gemahnte Spieler probiert auf euren Server wieder zu kommen. Und dann steht da zum Beispiel wieder, wenn er sich einloggen will, nicht nur einfach, äh, you were banned von dem Server oder sowas. Sondern da steht schon wieder der Grund. Also zum Beispiel, ähm, du hast gegrieft oder du bist geflogen, ja. Und dann weiß der Gebannte, aha, ich weiß, deswegen wurde ich gebannt und, ähm, dann brauchst du es auch nicht nochmal versuchen. So, ähm, zudem kann man nochmal, äh, ganz genau einstellen, äh, ob Leute nur eine Sekunde gebannt werden sollen. Oder einen Tag oder eine Woche oder einen Monat, ja. Das ist auch ganz einfach zu machen. Natürlich geht es noch um Bann und so weiter. Und das Plugin hat noch eine PHP-Funktion. Das heißt, ihr könnt eure Homepage mit einer Bannlist versehen. Wie das geht, steht leider nicht, ähm, ja. Ich kann es leider nicht zeigen, da meine PHP-Kenntnisse sehr, sehr schwach sind. Aber, ich meine, wer sich mit PHP auskennt, wird sicherlich damit was anfangen können. Ja, das wäre dann nochmal eine weitere Lösung, eine Bannlist auf eurer Homepage zu erstellen. So, dass jeder Spieler wieder sehen kann, aha, ich bin immer noch gebannt oder nicht oder, ne. Und, ähm, ja. So, äh, kommen wir dann erstmal zur Installation. Das heißt, wir, ähm, gehen erstmal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr entweder einen Make-Up-Load-Link. Da bekommt ihr dann ganz einfach Kiwi-Admin und Bannlist.php. Getrennt natürlich. Oder ihr geht einfach, ähm, auf den weiteren Link auf die Homepage. Oder wie gesagt, auf die Bucket.org-Seite von Kiwi-Admin. Und, äh, könnt euch das hier nochmal runterladen. Ja, habt ihr das gemacht, bekommt ihr natürlich diesen Kiwi-Admin-Ordner. Und, äh, in diesen Winra-Ordner ist eine, ja, ist ein Ordner sowie eine JAR-Datei. So, jetzt öffnen wir unseren, erstmal unseren Server. Das heißt, wir gehen in die Plugins rein, ähm, und fügen diese beiden Dateien ganz einfach in den Ordner ein. So, habt ihr das gemacht, ähm, könnt ihr mal kurz den Server starten, um einmal zu sehen, aha, der, das Plugin hat super geladen. Und wie ich seh, der, ja, müssen wir mal kurz gucken, wo wir es haben hier. Da genau, Kiwi-Admin-Version 2.1 ist enabled. So, das hatten wir schon mal geschafft. Ähm, als nächstes kümmern wir uns mal um die Permissions. Auf der Seite stehen die jetzt nochmal, hier wären die Permissions zum Beispiel, Kiwi-Admin.band und so weiter. Natürlich stehen diese Permissions auch nochmal in der Beschreibung. So, ich kopiere die mir jetzt einmal und wir gehen in den Plugins-Ordner und gehen entweder in den Groupmanager von Essentials oder, falls ihr Permissions habt, geht ihr dort rein. So, ich bin jetzt im Groupmanager drin, natürlich muss ich jetzt in Worlds gehen, World und in die Groups gehen. Das Ganze öffnen wir mit Notepad++, äh, womit es eigentlich am besten ist zu öffnen. So, haben wir das gemacht, können wir jetzt gucken, welche Gruppe, ähm, dieses Bun-Tool, oder ihr gesagt, diese Bun-Permissions noch haben sollen. So, müssen wir mal gucken, äh, ich möchte zum Beispiel, dass die Moderatoren, ähm, ja, bunnen können mit diesen Plugins. Und, ähm, es gibt ja einmal den Befehl von Essentials Bun, den, der leider denn praktisch, äh, doppelt gemoppelt wäre. Das heißt, ihr müsst nochmal die Permissions bei Moderatoren rausmachen oder so, ja. So, ähm, genau. So, wenn ihr es kopiert habt, könnt ihr ganz einfach einfügen und nach dem, äh, anderen Bild, also praktisch, es soll halt so aussehen wie die anderen auch. Das heißt, ein Spiegelstrich und dann müssen wir das Ganze noch auf die richtige Höhe packen. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr speichern und eure Moderatorengruppe kann ganz einfach nun dieses Plugin benutzen. Ja, äh, des Weiteren gibt es hier noch ein paar Befehle. Natürlich stehen die auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ähm, wir haben hier einmal Slash Bun, Slash Kick, Temp Bun, wer denn halt, äh, das mit dem, äh, mit der Sekunden, Minuten, Stunde oder so weiter, ne. Könnt ihr wirklich alles, äh, eingeben. Natürlich danach nochmal einen Grund. Wir haben hier, äh, Unbahn, IP-Bahn, äh, wir können das Plugin nochmal ganz viel loaden und wir können nochmal, ähm, den Player checken, ob er wirklich gebannt ist oder einfach nur zu doof ist, auf den Server zu kommen. Ja, äh, zudem gibt es sonst nochmal, äh, im Plugins-Ordner, eben Ordner Kiwi-Admin, ähm, eine Banlist. Dort werden alle Player reingeschrieben, die gebannt wurden. Und es gibt eine IP-List, natürlich, ne, die ganzen IP-Gebanen. So, hier haben wir dann auch eine Config-Datei, äh, Datei, die, äh, uns ermöglicht praktisch eine MySQL-Datenbank anzuschließen. Das heißt, jeder, der eine hat, entweder durch Nitrado oder durch den Root-Server, äh, wird es sicherlich wissen, ne, einfach hier, äh, den Root-Namen eingeben, Passwort und so weiter. Und, ähm, das Ganze wird sich dann, denke ich mal, automatisch erstellen in eurer MySQL-Datenbank. Und, ja, hier haben wir dann nochmal ein paar weitere Messages. Das heißt, wir können hier nochmal umändern, was da wirklich stehen soll. Das heißt, Already Banned könnten wir umändern, äh, sozusagen, eindeutschen in, ist bereits gebannt oder so weiter. Natürlich ist darauf zu achten, dass wir keine Umlaute benutzen wie äh, üh oder äh, weil das Bucket nicht gerne haben mag. So, das war's eigentlich zur Plugin-Vorstellung von Kiwi Admin. Ich denke mal, die Befehle ingame, ähm, brauche ich nicht mehr zu präsentieren, da es ja eigentlich ein ganz einfaches Ding ist. Und ich bin ja sicher, wenn ihr könnt die Befehle auch ganz alleine nutzen. Ja, ähm, schreibt doch einen Kommentar, äh, unter dieses Video, wie ihr dieses Plugin fandet oder wie ihr das Tutorial fandet. Und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial wieder.